Ich habe euch ja schon vorher gelehrt, das ist Yves, der normalerweise in Wieneruela lebt und der aus den Vereinigten Staaten extra hierher kam, um an unserem Fest teilzunehmen. Und Yves, der Texter, für französische Texte in unserem Fest. Hallo, ich bin Mr. Obama. Wie sind Sie, Mr. Präsident? Ja, ich bin mit Manfred und Manfred. Ja, ich bin mit Manfred, ich bin mit Manfred, Mr. President, Obama. Er mag überhaupt nicht Obama, er war in den USA und hat per Mail geschrieben. Hallo, Hugo, wie ist das? Hugo Chavez, Präsident der Venezuela. Hola, amigo. Si, 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 soy con Marguerite y Manfred. Si, si, nos vemos, nos vemos. Besos. Okay. Das wisst ihr sowieso, das habe ich euch schon gesagt, er ist ein begeisterter Anhänger von Chavez und wartet nach Ömer, dass er zu ihm, eingeladen wurde schon, aber dass er zu ihm vorgelassen wird. Und jetzt hat er ihn hier angerufen. Hallo, Nicola? Nicola? Nicola Sarkozy. Oui, comment tu vas? Oui, je suis avec ma carête et puis avec mon frère. Oui, merci de nous appeler. Oui, continue. Also, sehr klar, nein, das ist unser Präsident, seiner und unser, kennt ihr alle schon, ist der Größte, der Kleine, aber der Größte. Und unsere Frau Merkel ist ja ein dicker Freund mit ihm. Ja. Hallo, Angela? Angela? Oh, no, I don't speak German, Angela. Ich möchte mal hören, was Sie uns zu sagen haben, zu unserem Feiertag, zu unserem goldenen Haftzeit. Oh, sie sagt, sie glaubt, sie schafft das nicht. Oh. within deragiert auch sauerung. Ach, das war er nicht so gut. Ach, das war nie. Ähnlich, Helena. Ich mache mich. Ich gehe mal meine Damen. Untertitelung des ZDF, 2020